Hier vom Wind, ja, okay. Aber wir sind jetzt eingesperrt. P, um auf die Leiter zu steigen. Das Spiel lässt uns keine Wahl, wir müssen da rein. Hier legen einen Haufen Cola-Dosen rum und so ein Whisky und so ein Schund. Wer ist denn hier wohl gewesen? Das ist so eine Art Tempel hier, oder? Und wir haben ein Feuerchen dabei. Hier können wir uns auch wieder ein neues Feuerchen besorgen, falls das hier ausgeht. Was haben wir hier für eine Botschaft? Hat jemand die Tage hier gezählt, oder was? Sonnenaufgegene. Dann waren hier wohl andere noch vor uns schon. Also, wie es aussieht, waren hier einige vor uns. Jemand ein Faible hier für Totenköpfe gehabt. Das können wir noch anzünden hier, das sieht doch so aus. Perfekt. Machen wir mal auf. Und immer noch haben wir keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Hier ist eine Truhe. Können wir die aufmachen? Nobel birth? How do I know? Na gut. Ach, hier haben wir jetzt auch eine Karte. Na gut. Nehmen wir das mal so erstmal hin. Ich hab noch keine Ahnung, wie das Spiel wirklich dann später so wird. Wenn dann ein bisschen mehr. Hier ist wohl so Ausrüstung. Jetzt sieht die Fackel aus. Egal, die brauchen wir eh nicht mehr. Wird's halt wieder nur so ein bisschen dunkel. Jetzt hat's ja wieder eine. Das ist doch die Waffe von dem einen Knecht. Und wenn der erst, wo wir ganz am Anfang da haben, hat er uns erledigt. Stemmachst. Neue Ausrüstung erhalten. Gefällt mir. Nehmen wir es mal mit. Und aber die haben aber, die sind nicht ganz unmodern hier. Die befinden sich noch im 18. Jahrhundert, aber immerhin. Ach, hier können wir das jetzt hier so aufhebeln, hier das Zeug. Bisschen Xen das Ganze. Na pefft's. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ist also unser neues Tool, um Türen aufzumachen. Ganz wieder heim. Wenn die Frau wieder mal das Schlafzimmer abgeschlossen hat, weil man wieder zu lang gezockt hat. Benutze ich auch immer so ein Ding. So durch da. Okay. Immer noch in Höhlen rumkrabbeln mit deiner Wunde. Kannst es einfach nicht sein lassen. Was ist das hier? Eine Hundewarnung? Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist eine Hundewarnung. Eine Wolfswarnung oder so. Draußen läuft ein ganz übles Viech rum. Okay. Aber die haben die Tomb Raider schon gut gestaltet, ne? So eine überlebensfähige Frau, sie gefällt mir gut. Das ist jetzt ja auch schon ein bisschen älteres Spiel. Um die Fackel auszumachen. Für was soll ich die Fackel ausmachen? Wir hören die Stimmen. Ich lasse die Fackel an. Das ist unsere Crew, glaube ich. Oh, und der Typ ist ganz schön zugesichtet. Das ist eine von uns. Sorry, wenn ich dich verabschiede habe. Das Ort würde jeder ein bisschen schiefen. Wir haben gerade mit deinem Crew gesprochen. Sie sind auf ihren Weg. Schau, er hat meine Fuß verabschiedet. Was ist das? Oh, es war das wenigstens, was ich konnte machen. Meine Manners. Ich bin sorry, ich bin Matthias. Ein Lehrer von Handeln. Also, mitten in so einer komischen Insel taucht einfach mal ein Typ auf. Ja. Sam hier war nur mit der Sonnein. Genau, Himiko. Kannst du mir mehr erzählen? Ich bin entgegen. Na, glaub ich es nicht, ein paar Tausend Jahre vorhin, Queen Himiko hat das alles in Japan verabschiedet. Sie liebt erzählen diese Geschichte. Himiko war schön, enigmatisch, aber auch schuldig und kraftvoll. Oh, nein. Kannst du ein kleines Schläfchen machen hier? Wird man direkt müde oder? Ich bin doch gewundert, wenn wir mit anderen Leuten weitermachen. Solche Spiele sind doch immer in einer One-Man-Show. Ei! Nein, das ist ganz und gar nicht cool. Ah, da kannst du dir mal schnell das Bein mit weghauen, Kleine. Gut, dass sie gute Stiefel anhat, aber es hat... Ach du Scheiße. Grab deinen Bogen. Grab den Bogen. Sag mir nicht, jetzt kommt die Wolfswarnung. Nein, nein, nein. Ach, Scheiße. Hier sind nur zwei Meter zum Schießen. Komm schon! Fuck. Oh. Fucking shit. Gut, dass wir Zeitlupe haben. Ist natürlich total unfair für die Wölfe. Mal reicht es, wenn sich da zwei, drei auf dich draufstürzen. Fetz in die Fresse. Da liegt er. Wer hat noch Lust? Das endet an the grey. Nee, du triffst nicht. Fetz. Okay, das war sie jetzt pretty easy. Ei, 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 ei. Komm, mach. Jetzt kommt ihr. Die hätten uns gesnackt. Hätten wir den Bogen nicht gehabt. Alter. Aua, 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 aua. Jetzt muss sie gleich weiterlaufen. Ich bin so glad you're here. Ist Sam mit dir? Sie war mit dir. Sie war mit dir. Sie war mit dem Mann, Matthias. Aber ich verabschiede. Wenn ich aufgewacht, sie waren beide weg. Du kannst nicht nur noch one, dann auch. Wir müssen sie finden. Oh, wait, wait, wait. Was ist mit Roth? Okay, wir sind mit uns. Wir gehen mit Lara und treffen mit Roth. Wir gehen mit uns und schauen für Sam. Ich gehe mit ihr. Nein, nein, ich bin. Ich gehe mit mir. Du weißt, wie man eine von diesen benutzt hat? Es ist schon lange. Es kommt alles zurück. Ich gehe mit Roth. Wir finden Sam und diesen Matthias. Let's split up, ja. Teilen wir uns das erste in so Filme. Und jetzt soll die gleich weiterlaufen. Ich wollte mich noch verarschen. Die muss alles aushalten irgendwie. Dann kriegt sie noch einen Kopfschuss und dann geht es gleich weiter. Am besten teilen wir uns alle auf und jeder läuft einzeln auf der Insel rum. Können wir schon was machen? Haben wir ein Upgrade gezogen? Fähigkeiten. Die kommen. Noch sieht es aus, als könnten wir nichts machen. Was hier? Ach, hier können wir uns mit einer Fackel dann. Wir haben den Bogen, wo ist unser Schlagstöckchen? Das können wir gar nicht rausholen, oder wie? Sieht nicht so aus. Aber hier gibt es nochmal frische Ladung Pfeile. Die kommen natürlich immer gelegen. Und lasst mich raten, wir kriegen es jetzt öfter mit Wölfen zu tun, oder? Ich wette mit dir hier kommen, Wölfe. Das riecht doch schon danach. Ich höre sie doch schon. So viele Pfeile, weißt du, tausendmal Munition und... Wenigstens grabst du den Bogen richtig schnell. Noch ein raus. Fetz. Oh, guck mal, der steckt hier richtig in der Schnauze drin. Voll der Nasenschuss. Gebt ihr das. Nose-Piercing. Bastard. Her mit dem Pfeil. Ach, dann kriegen wir erst die Erfahrung. Dann wird es mal Zeit, immer schön die Pfeile rauszuziehen. Müssen wir aufpassen. Ja, höllisch aufpassen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man angegriffen wird. Ob man dann sofort wieder Geschichte ist. Was ja Sinn machen würde. Weil so ein Wolf, der macht mit dem mal eben kurz einen Prozess. Ach, hier können wir auch... Hätten wir eine Fackel anmachen können, hätten wir die bestimmt verscheucht. Egal. Gehen wir mal zu unserem Mentor. Oder wer ist das, der ist, der... Studierte. Er hat studiert, er hat Abitur. Gehen wir mal zu haben. Ja, aber wir werden uns auch nicht verletzt werden. Wir schauen, ob wir den anderen arbeiten können. Der Handel ist verletzt. er ist fasziniert mit diesem ganzen gemale sieht auch ein bisschen kindergarten wie sich aus aber okay okay über geschmack lässt sich ja nicht streiten habe ich mal irgendwo gelesen ich kann wir jetzt wohl upgraden oder wie ist das hier so campfire immer fähigkeiten überlebensupgrade fähigkeiten hat es noch keine aber wie können wir was wie können wir andere upgrades machen brenngut sammeln 50 ach so hier müssen wir einfach so die kisten hier okay verstehe jetzt müssen wir aufpassen hier sind doch überall die viecher fuck komm her fetz alter uhr nummer zwei du auch noch ich habe für euch alle genug damit ich will level up level will ich irgendwie steuerung ist schon gut interessieren ob wir den wolf für so ein body check verpassen können damals schon immer mal von geträumt so ein wolf zum body zu check wo erinnert ein bisschen an assassin squid auch wie die abgeht hier hüpft hier so durch den wald wie so ein wir sind hier auf der jagd nach diesem material 20 von 50 können wir doch einfach so hochchampen wir sind relativ frei aber das spiel ist immer noch sehr linear dafür obwohl es schon ein paar tage älter ist sieht es immer noch ganz an den baus jetzt hätten wir doch da drüben gibt es feuer sie hat ja irgendwie immer ihre fackel einstecken wo auch immer die steckt wer sich da jetzt wieder was bei gedacht hat der ja du 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 schlecht du schellen du ach da ist noch meins was gibt es hier okay das kann man ja dann pausieren ist immer ganz nett für das umgebungs flair von so einem spiel sich das eigentlich reinzuziehen aber naja ich habe da jetzt keine lust drauf ich habe einfach lust ein bisschen zu zocken ich war jetzt so viele monate abstinent gut jetzt haben wir mal hier waffen modifizierung verfügbar verbessern sie ihre waffe in lagern alles klar da gibt es noch mal was ich nehme auch mit einfach weil wir es können einfach weil wir geil drauf sind so kurz überlebensinstinkt anmachen da oben naja klar da war ja die brücke schon wieder die orientierung verloren nachher nach zwei minuten wenn ich hier bodycheck machen geht die fackel aus können wir auch laufen kann sie auch irgendwie sprinten das ist jetzt waffe ziehen das ist bodycheck a ist springen ok und b ist rollen ach guck interessant jetzt müssen wir zum lager ja let's do this okay wir können die verstärken schon fertig aber das sieht jetzt ein bisschen besser aus guck mal die zwirbeln mir den wölfen mal und den komischen ureinwohnern mal schön in die fresse nächstes mal wenn sich einer zu wort meldet und sei es auch nur um uns hallo zu sagen du bist übrigens ein held weißt du hast du mal die arme frau rausgeschickt normal sollte ich dir da ein ach guck mal das zielding verschwindet können gar nicht schießen normal sollten wir dir schon ganz dreckig eine mitgeben deine feigheit du und du achten mach auf den shopper gut ganz elegant durch ich nehme auch ein feckchen wenigstens haben wir noch mit dem typen sind wir mit dem rumlaufen immer noch wissen wir nicht was die überhaupt hier wollen und mit wem die probleme haben warum die überhaupt hier sind und dann immer noch was ist das hier buddhist wir sind auf einer insel im drachen dreieck gestreitet wir brauchen hilfe und auch medizin bitte antworten Entschuldigung. Lara! Loth, bitte komm und hol mich. Hör mir zu, wir sammeln uns auf meiner Position. Verdammt! Runter von mir! Die anderen wollten weiter Land einwärts gehen. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Lara, da bist du ja. Nein, nein, bitte! Was ist die los? Wir haben so lange gewandt. Ja, Lara! Hör mir zu, sie alle. Ich hasse Gräber. Ja, das war das letzte Mal. Ja, das war das letzte Mal. Ja, das war das letzte Mal. Vielen Dank.